Hallo, ich wollte euch auch noch kurz zeigen, was ich mir im DM geholt habe. Und zwar gab es dort für mich eine kleine Weihnachtsfeier und zwar habe ich mir diese Palette geholt, diese Romantik Nomad Palette mit diesen ganzen Tönen, sehr, sehr schön. Um das Grün zu machen, habe ich mir auch diesen Kohl-Kajal von Catrice in der grünen Farbe geholt. Gut, dann habe ich mir geholt diese Iconista Mascara mit diesem Hanföl. Da gibt es viele Produkte mit Hanf, aber diese ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen und sehr, sehr gut. Dann habe ich mir geholt diese Hanfmaske, die soll auch mit Hyaluronsäure sein, ganz schön toll. Dann für das Unterei zu Brighten habe ich mir geholt von Trended Up diesen Duo Bright Eyes Duo. Das soll sowas ähnliches sein wie vom Benefit der Under Eye Highlighter. Es meint nicht so ganz so, ganz genau so, aber so ein bisschen so, würde ich sagen. Und dann habe ich mir von diesen BH Cosmetics, da gibt es ja sehr viele Paletten, aber da diese nochmal so ein bisschen anders ist, so ein bisschen mehr ausbricht an Explosion, habe ich mir noch diese Mrs. Bella Palette All Eyes On You geholt. Und da bin ich auch schon sehr gespannt darauf, wie man die so kreieren kann, diese Palette. Was habe ich mir noch geholt? Eigentlich hat mir das gereicht, das habe ich ja schon mal gezeigt. Diese Lip Butter, die von DM, die ist auch sehr, sehr schön. Ja, das war es eigentlich noch. Natürlich habe ich mir noch eine Avocado geholt, mit der spiele ich auch ganz gerne. Und ja, mal sehen, wann die zum Einsatz kommt. Ich weiß es nicht. Ach genau, ja, falsche Wimpern habe ich mir auch geholt. Die sind allerdings nicht immer für jeden Look notwendig. Für dieses viele Glitzer würde ich sagen, ja, Wimpern ja, aber wenn man sich nur so normal schminkt, so wie ich jetzt normal geschminkt bin, dann brauchen eigentlich keine Wimpern. Aber diese habe ich mir geholt. Die sind ganz okay. Sehr intensiv, false lashes von BH Cosmetics. Ja, das habe ich mir alles gehofft. Gut, und ja, das ist hoffentlich für irgendjemanden interessant. Schönen Tag, tschüss.